In der Theorie klingt es super einfach, ein Fahrtenbuch zu füllen, aber in der Praxis passiert es relativ häufig, dass das Finanzamt so ein Fahrtenbuch gar nicht anerkennt, und zwar, weil wiederkehrend einige Fehler passieren. Was die fünf häufigsten Fehler sind, die Selbstständige bei ihrem Fahrtenbuch machen und die dann dazu führen, dass das Finanzamt dieses Fahrtenbuch nicht anerkennt, das erfährst du in diesem Video. Aber bevor wir in das Video einsteigen, ein großes Dankeschön an den Sponsor dieses Videos, und zwar Wimka. Wimka ist ein elektronisches Fahrtenbuch, und mit diesem elektronischen Fahrtenbuch kannst du tatsächlich nahezu alle Fehler, die ich gleich nennen werde, von vornherein vermeiden. Das heißt, du hast einen kleinen Stecker, den steckst du in dein Auto, und dann zeichnet Wimka alle Fahrten, also alle privaten und beruflichen Fahrten auf, und zwar vollkommen finanzamtkonform. Wimka hat bei der Entwicklung dieses Fahrtenbuches mit Steuerberatern zusammengearbeitet und hat z.B. Kooperationen mit dem Deutschen Steuerberaterverband, mit der DATEV, mit Lexwehr oder ETL. Das heißt, bei Wimka kannst du dir sicher sein, dass dein elektronisches Fahrtenbuch tatsächlich auch vom Finanzamt anerkannt wird. Aber schauen wir uns jetzt erstmal die fünf häufigsten Fehler an, die du unter Umständen mit Wimka vermeiden kannst. Der wirklich häufigste Fehler, den ich auch bei meinen Mandanten immer wieder sehen kann, ist die Vollständigkeit. Und zwar Vollständigkeit, ich würde mal sagen, in zwei Dimensionen, und zwar erstens alle Fahrten. Das heißt, du musst in deinem Fahrtenbuch tatsächlich alle Fahrten aufführen. Auch wenn du einmal nur zum Briefkasten fährst und da zwei oder drei Kilometer unterwegs bist, dann solltest du diese Fahrt wirklich aufzeichnen, weil wenn das fehlt, dann kann das Finanzamt das zum Anlass nehmen, unter Umständen das ganze Fahrtenbuch zu verwerfen. Und dann muss natürlich auch jeder Datensatz, also jeder Eintrag, muss umfangreich dokumentiert werden. Und da unterscheidet man einmal zwischen den betrieblichen Fahrten und den privaten Fahrten. Die betrieblichen Fahrten setzt du unterm Strich dann ja von der Steuer ab. Das heißt, du musst bei den betrieblichen Fahrten auch viel mehr dokumentieren. Zum Beispiel das Datum der Fahrt, Beginn und Ende der Zeit, also Uhrzeit, und auch den Kilometerstand zum Anfang der Fahrt und zum Ende der Fahrt. Das Reiseziel bei Umwegen, das heißt, wenn du nicht den direktesten Weg fährst, solltest du angeben, warum du diesen Umweg genommen hast. Du solltest den Reisezweck aufführen. Und da reicht es auch nicht, wenn du schreibst Geschäftstermin. Das heißt, das muss wirklich konkret sein. Und du musst tatsächlich auch den Namen des Geschäftspartners aufschreiben, den du beispielsweise im Rahmen eines Kundentermins besucht hast. Das heißt, da reicht nicht, wenn du schreibst Kundentermin, sondern du musst wirklich genau schreiben, ich habe mich mit Max Müller getroffen, um Projekt XY zu besprechen. Wenn es in deinem Beruf so eine Verschwiegenheitspflicht gibt, also wenn du da jetzt Sorge hast, dass du keine Mandantendaten oder Patientendaten in dein Fahrtenbuch schreiben kannst, dann kannst du das Ganze auch abkürzen. Dann brauchst du allerdings ein vom Fahrtenbuch getrenntes Register, wo diese Abkürzungen erklärt sind. Wenn du denn das Fahrtenbuch und diese Liste getrennt voneinander aufbewahrst, dann hast du sowohl ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch als auch tatsächlich deine Verschwiegenheitspflicht eingehalten. Das Ganze gilt für die betrieblichen Fahrten. Bei den privaten Fahrten musst du nicht ganz so viele Informationen angeben, weil du diese privaten Fahrten, unterm Strich zumindest, ja gar nicht von der Steuer absetzen möchtest. Da reicht es, wenn du einfach nur das Datum aufschreibst, das Reiseziel und die zurückgelegten Kilometer. Gerade diese zurückgelegten Kilometer sind wahnsinnig wichtig, weil insgesamt, also über ein Jahr betrachtet, muss natürlich der Kilometerstand aufgehen. Das heißt, der Kilometerstand am 1. Januar plus die ganzen gefahrenen Kilometer im Fahrtenbuch müssen in der Summe den Kilometerstand am 31. Dezember ergeben. Und wenn das nicht der Fall ist, wäre das für das Finanzamt ein Grund, dieses Fahrtenbuch nicht anzuerkennen. Der zweite Fehler, der tatsächlich auch relativ häufig bei Fahrtenbüchern passiert, und zwar ausschließlich bei papiergeschriebenen Fahrtenbüchern, ist die Lesbarkeit. Und zwar muss dieses Fahrtenbuch natürlich nicht nur von dir irgendwie verstanden werden können, sondern auch von irgendjemand Fremdes. Das heißt, wenn das Finanzamt dein Fahrtenbuch sehen möchte oder ehrlicherweise dein Steuerberater deine Buchhaltung macht, muss natürlich auch der Betriebsprüfer oder der Steuerberater in der Lage sein zu verstehen, was du da eingetragen hast. Das Ganze klingt auf den ersten Blick natürlich logisch, aber wenn wir uns einmal die Situation vorstellen, in der so ein Fahrtenbuch geführt wird, da stürmt es draußen, du sitzt im Auto, hast dieses Heftchen irgendwie auf deinem Knie und versucht, das da jetzt irgendwie reinzuschreiben. Das Ganze führt in der Praxis leider dazu, dass Fahrtenbücher in der Praxis relativ häufig einfach nicht lesbar sind. Deswegen beachte unbedingt, dass du ein klares Schriftbild hast. Dass die Schrift auch nicht irgendwie verläuft, weil das Ganze irgendwann mal nass geworden ist. Dass du kein Fachchinesisch benutzt. Das mag sein, dass du vielleicht irgendwelche Fachbegriffe oder Abkürzungen verstehst. Wichtig ist beim Fahrtenbuch allerdings auch, dass jemand anderes es auch verstehen kann. Und jeder Eintrag sollte auch für sich selbst stehen. Das heißt, wenn du dich auf irgendwelche anderen Einträge von ein paar Seiten oder von vor ein paar Monaten beziehst, dann ist das Ganze relativ schwierig. Das ganze Fahrtenbuch soll kein Detektivjob sein. Das Ganze muss tatsächlich schnell und einfach von jemandem Fremden verstanden werden können. Der dritte Fehler, der ganz häufig passiert, ist die zeitnahe Aufzeichnung. Und zwar musst du deine Fahrten wirklich direkt nach der Fahrt aufzeichnen. Das ganze Thema Fahrtenbuch erinnert mich manchmal so ein bisschen an so ein Vokabelheft in der Schule. Da war es bei mir zumindest auch regelmäßig so, dass das Vokabelheft so ein- oder zweimal pro Schuljahr vom Englischlehrer eingesammelt worden ist, weil der Englischlehrer überprüfen wollte, ob ich tatsächlich mein Vokabelheft konstant geführt habe. Aber wie war das in der Praxis? Naja, ich habe es natürlich nicht gemacht und am Abend, bevor dieses Fahrtenbuch eingesammelt werden sollte, habe ich dann das ganze Schulbuch durchgeschrieben und alle Vokabeln da an einem Abend versucht reinzuschreiben. Und ehrlicherweise hat das in der Schule schon nicht so richtig gut funktioniert, weil man das am Schriftbild erkennt, dass das alles an einem Tag geschrieben worden ist. Und selbst wenn ich unterschiedliche Stifte hin und her wechsle, selbst wenn ich die Hand mal hin und her wechsle, man sieht, dass das in einem geschrieben worden ist. Und mein ernst gemeinter Appell an dich, versuche mit dem Fahrtenbuch nicht das, was ich früher mit dem Vokabelheft versucht habe. Ich kann dir garantieren, dass die Betriebsprüfer in der Regel deutlich intelligenter sind als mein Englischlehrer. Und selbst meinem Englischlehrer ist das nahezu jedes Mal aufgefallen. Und so ein Fahrtenbuch ist ehrlicherweise deutlich komplizierter, später nachzuschreiben, weil das Finanzamt weiß ja viel mehr Informationen über dich. Das Finanzamt weiß genau, wann du wo tanken gefahren bist. Und das geht natürlich nur, wenn du laut Fahrtenbuch tatsächlich dann auch in dieser Nähe dieser Tankstelle warst. Oder aber dieses Fahrtenbuch hat ja meistens auch ein Druckdatum. Und wenn das Fahrtenbuch 2019 denn in einem Heft geschrieben worden ist, was aber erst 2022 gedruckt worden ist, dann ist das auch ganz schwierig. Und theoretisch könnte das Finanzamt auch immer Zugriff auf deinen Kalender verlangen, z.B. weil du Verpflichtungsmehraufwand oder so etwas angesetzt hast. Und auch solche Aufzeichnungen müssen natürlich mit dem Fahrtenbuch zusammenpassen. Da gibt es wirklich eine ganze Reihe an Daten, die irgendwie zueinander passen müssen. Und ganz ehrlich, nachträglich ein Fahrtenbuch so zu rekonstruieren, dass das Ganze plausibel ist und in einer Betriebsprüfung nicht auffällt, ist wirklich nahezu unmöglich. Ein weiterer häufiger Fehler sind nachträgliche Änderungen. Grundsätzlich darf das Fahrtenbuch nachträglich überhaupt gar nicht mehr verändert werden. Aber es kann natürlich sein, dass du beim Führen des Fahrtenbuches mal einen Fehler machst. Und wenn du ein Papierfahrtenbuch hast, dann streichst du diesen fehlerhaften Eintrag bitte einmal nur ganz dünn durch. Änderungen müssen nachträglich noch nachvollzogen werden können. Und was natürlich auch gar nicht geht, ist so eine lose Blattsammlung. Das heißt, da wo du einfach noch einmal Seiten dazwischen schieben kannst. Oder aber auch du hast so ein Papierfahrtenbuch und füllst nicht jede Zeile aus, weil das öffnet auch schon die Tür dazwischendrin, dann noch einmal etwas einzutragen. Und wenn wir jetzt sagen, naja, okay, dann nehmen wir halt ein elektronisches Fahrtenbuch, dann musst du unbedingt darauf achten, dass man auch nachträglich irgendwie die GPS-Daten oder die Einträge nicht bearbeiten darf, weil das sorgt automatisch dafür, dass das Finanzamt dieses Fahrtenbuch nicht anerkennt. Und ein kleiner Hinweis an dieser Stelle, einfach weil ich sehe, dass es so wahnsinnig viele versuchen und weil es natürlich in der Theorie auch einladend ist, Excel ist nicht erlaubt, weil in Excel kannst du ganz wild nachträglich noch Dinge verändern. Das heißt, ein Fahrtenbuch in Excel ist grundsätzlich nicht erlaubt. Und damit kommen wir zum fünften häufigen Fehler. Es gibt natürlich viele Leute, die sagen, naja, ich nehme eine digitale Lösung. Und ich habe ja eben schon gesagt, Excel ist eine ganz doofe Idee, obwohl es wahrscheinlich in Deutschland zehntausende Excel-Fahrtenbücher gibt. Und an dieser Stelle muss ich sagen, spart euch die Arbeit. Das wird sowieso nicht anerkannt und das Finanzamt wird, wenn sie sieht, dass du dein Fahrtenbuch mit Excel führst, automatisch sagen, nein, das wird nicht anerkannt, wir versteuern jetzt pauschal nach der 1%-Methode. Das große Problem bei elektronischen Fahrtenbüchern ist, dass das Finanzamt keine proaktive Empfehlung für ein bestimmtes Fahrtenbuch ausspricht. Das macht die Finanzverwaltung generell nicht, dass sie bestimmte Softwareprodukte empfiehlt. Das heißt, du solltest aber bei der Auswahl des richtigen elektronischen Fahrtenbuches unbedingt darauf achten, welche Erfahrungswerte es da gibt. Hat das Finanzamt dieses elektronische Fahrtenbuch in der Vergangenheit schon akzeptiert? Und gibt es eventuell Kooperationen mit Steuersoftware oder mit Steuerberaterverbänden oder aber mit großen Steuerberatungsgruppen, also Kanzleien? Und diese Steuerberatungsverbände und diese Steuerberatungskanzleien, die sprechen tatsächlich auch aktive Empfehlungen für bestimmte Softwareprodukte aus. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis, wenn du das Ganze wirklich selbst kontrollieren möchtest. Steuersoftware, also Steuer-Apps, Buchhaltungsprogramme, aber auch elektronische Fahrtenbücher, die können sich zertifizieren. Prüfen lassen von großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Und dann prüfen die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, ob diese Software konform mit der aktuellen Rechtslage ist. Und ich nehme da als positives Beispiel mal den Sponsor von diesem Video, und zwar Wimka. Wimka bietet ein elektronisches Fahrtenbuch an und hat dieses Fahrtenbuch von KPMG, einer der größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften der Welt, prüfen lassen. Das heißt, KPMG hat genau geschaut, ob das elektronische Fahrtenbuch von Wimka gesetzeskonform ist und hat dazu einen Prüfbericht veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass das elektronische Fahrtenbuch von Wimka so in Ordnung ist. Das heißt, wenn du dein Fahrtenbuch mit Wimka führst, dann hast du keine Probleme mit dem Finanzamt zu erwarten. Wenn du zu diesem ganzen Thema Fahrtenbuch noch Fragen hast, dann schreib mir gerne einen Kommentar unter diesem Video. Ansonsten solltest du unbedingt den ersten Link in der Videobeschreibung anschauen. Schau dir gerne Wimka an, meine persönliche Empfehlung und mit dem Code STEUERFIT2024 sparst du sogar 12 %. Alle weiteren Informationen dazu verlinke ich dir gerne auch noch einmal hier, oder aber du schaust dir erstmal die weiteren Videos auf diesem Kanal an, z.B. dieses hier oder dieses hier. Bis zum nächsten Mal.